Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von NICHT, da war es letzter Schluss. Nachdem ich ja schon mal gezeigt hatte, wie ich Firefox quasi jedes Mal wieder einrichte, wenn ich den neu installiere, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt auch mal für Brave, also einen anderen Browser, den ich auch fast auf jedem System installiere, wo ich auch Firefox drauf habe und wie man den auch richtig nutzt, denn da sind so ein paar Fallstricke bei, die, ja ich finde, eigentlich bloß blöd formuliert sind, aber das gucken wir uns mal an. Erstmal Brave, was ist das überhaupt? Das ist ein weiterer Browser auf Chromium-Basis, also worauf sehr viele andere ja auch aufbauen, also auf dem Chrome-Teil, den Google ja vorantreibt, entwickelt, der auch geschlossen ist, da gibt es die freie Variante, die heißt Chromium und auf den freien Teil, da setzen sich denn andere drauf, wiederum unter anderem auf Brave und machen einen eigenen Browser drauf. Das hat den Vorteil, dass Brave kompatibel zu Chrome-Erweiterungen ist und als zusätzliche Punkte, die jetzt der Chrome-Browser von Google natürlich nicht so gerne drin haben möchte, weil wegen Gründe. Integrierter Tor-Browser, damit ihr relativ anonym durchs Internet kommt, Schutz vor Fingerprinting, Tracking und Co., damit ihr für die Werbeindustrie so ein bisschen unattraktiver werdet. Es gibt auch einen integrierten Werbeblocker, der schon so ganz okay ist, man kann ihn aber noch ein bisschen verbessern. Und ja, also ein Punkt, der mich eigentlich eher so interessiert, der mich dazu gebracht hat, also das funktioniert dann, wenn Firefox nicht funktioniert. Also es gibt so ein paar Seiten, wo Firefox einfach nicht richtig funktioniert und dann funktioniert Brave. Dann haben wir auch natürlich auch einen wichtigen Punkt, das Ganze ist freie Software unter der Mozilla Public License 2.0. Projektseite ist diese hier und Download-Informationen findet ihr dort. Je nachdem, welche Distribution ihr einsetzt, habt ihr vielleicht Brave schon in dem Repo mit drin. Oder ansonsten gibt es von dem Brave, also von der Firma, ja, ist ja eine Firma, die dahinter steht, ein eigenes Repository, eine Paketquelle, wo die aktuellen Versionen von Brave drin sind, also die stabilen Versionen, man kriegt wohl auch irgendwelche Nightly Builds oder sonst irgendwas. Aber hier geht es bloß um die stabilen davon. Da die extern sind, nicht direkt Bestandteil von der jeweiligen Distribution, muss man noch einen Signaturschlüssel importieren und eine zusätzliche Paketquellenliste anlegen. Das gilt für Debian 12 und für die Ubuntu-Varianten, die bis jetzt draußen sind, ist das auch so. Dann habe ich immer zwei Varianten vorgestellt. Also ich habe hier meine Script-Bibliothek, wo sehr viele Funktionen drin sind, zum Installieren und Konfigurieren von Debian und Debian-basierten Systemen. Und dort gibt es auch eine Funktion, die CI-Inst-Brave heißt, um Brave nachzuinstallieren. Und die macht genau das hier, Schlüssel importieren, Paketquelle hinzufügen und hinterher das Paket Brave Browser installieren. Das könnt ihr so machen oder alternativ folgt ihr den Anweisungen, die direkt auf der Brave-Seite drauf sind. Was hier drin eingebaut ist, das ist letztendlich genau das, was hier auch beschrieben ist. Vielleicht habe ich da an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen was angepasst, aber im Grunde ist es genau dasselbe, was dort steht. Insgesamt sind diese Einstellungen bei Brave ein bisschen weniger. Also es gibt zwar Sachen, die mich auch dabei stören. Sowas wie so eine eigene Kryptowährung, die da drin ist, mit der Seitenbetreiber was zurückkriegen sollen. Im Gegensatz zu Werbeausfällen, die man durch Brave kriegt. Naja gut, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde es eigentlich eher nervig. Und es gibt so eine Startseite, die dann kommt, wenn man Brave öffnet oder einen neuen Tab aufmacht. Da ist so viel Quatsch drauf, das brauche ich nicht und das möchte ich loswerden. Das kriegt man relativ schnell auch wiederum entsorgt. Das geht insgesamt besser als bei Firefox. Aber gucken wir uns das Ganze mal an, wie das so aussieht, wenn man so ein Brave das erste Mal installiert hat. Also da sind noch keine Einstellungen gemacht worden. Dann sieht das nämlich so aus. Da haben wir hier erstmal Datenschutz standardmäßig. Naja, würde ich sagen mit Abstrichen. Dazu kommen wir auch nochmal. Möchten wir das Ganze als Standardbrowser festlegen. Nö. Also ich wähle das gerne aus. Darum habe ich hier unten auch beide Icons drin. Je nachdem, was ich starten möchte. Einstellungen importieren möchte ich jetzt auch nicht. Und dann, genau, da haben wir schon das erste, wo man denken könnte, naja, Datenschutz. Hm. Diagnoseberichte, nö, möchte ich eigentlich nicht. Und ja, anonym, privat, nein, eigentlich auch nicht. Netter wäre es gewesen, wenn man das nicht anhakt, also so ein Opt-in macht, wenn man das wirklich möchte, anstelle von einem Opt-out. Und ja, gut, fertig. So, dann haben wir hier diesen, ähm, ja, Startbildschirm, wo ich finde, muss das sein. Also unter anderem dieses Zeugs hier mit diesen Brave Rewards. Das sind diese, diese Krypto-Dingsbums, Dinger da, Tokens und, ach, nö. Und dieses ganze andere Zeugs hier, ach, das muss ich nicht haben. Hier ist mal, wenn ich so ein Tab neu aufmache, kommt dann auch noch was Neues. Also, hm. Und es sagt dann auch noch Bandbreite gespart. Äh, aber irgendwo müssen diese ganzen Bilder auch herkommen. Also, und, ja, also irgendwie braucht es doch wieder Bandbreite. Ja, gut, äh, gucken wir uns das an. Also, nochmal auf den Spickzettel geguckt. Also, das meiste haben wir direkt unter Einstellungen bei diesem Drei-Strich-Menü. Und, äh, dann unter Einstellungen. Und das erste ist Neuer-Tab-Seite. Das kann man einfach eingeben. Das gibt so eine Suchfunktion, die man über die Lupe kriegt. Und, 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 und. Einmal hier Einstellungen. Und da ist es. Und einfügen. Genau, und dann haben wir das schon. Ich hatte das schon einmal gemacht. Also, es steht normalerweise auf Instrumententafel. Das ist das, was wir gerade eben schon mal gesehen haben. Aber ich nehme gerne leere Seite. Dann kriegt man eine leere Seite. Der nächste Punkt ist quasi genauso analog. Also, Suchmaschine nehmen, kopieren, einfügen. Also, die ganzen Folien, die ich hier zeige, sind auch unten in der Beschreibung verlinkt. Also, dann kriegt ihr das, was ich jetzt auch hier im Video habe. Und könnt dort die Sachen rauskopieren. Genauso, wenn ich da irgendwelche Links drin habe. Ihr müsst die nicht abtippen. Sondern, ihr braucht die bloß in der Folie anzuklicken. So, Suchmaschine. Das wäre jetzt der nächste Schlüsselbegriff. Da, und Suchmaschine. Brave hat eine eigene Suchmaschine. Ist die Frage, ob man die haben möchte oder auch nicht. Ihr habt auch die Wahl zwischen anderen hier. Ja, das ist eine Geschmacksfrage. Die Suchergebnisse, die ich von diesem Brave bekomme, die sind überwiegend ganz okay. Also, von daher lasse ich das auf den meisten Systemen, so wie es ist. Aber ihr könnt das gerne anders machen, wie die anderen Einstellungen auch. Macht das so, wie ihr es meint, dass es richtig ist. Der nächste Punkt wäre jetzt hier für mich Social Media Sperrung. Das, ja, also ich möchte nicht, dass da Facebook eingeblendet wird. Denn, wenn das eingeblendet wird, dann, ja, haben die schon meine IP-Adresse. Machen die vielleicht doch so ein bisschen Fingerprinting und Co. Also, das möchte ich gerne ausstellen. Genauso wie auch Twitter-Nachrichten, beziehungsweise X-Nachrichten, wie es jetzt ja heißt. Das hätte ich auch gerne aus. Aber ich habe hier gesagt, naja, aus wäre jetzt so meine Präferenz. Aber ihr könnt natürlich auch gerne was anderes machen. Je nachdem, wie ihr es gerne haben möchtet. So, kopieren. Und ein, 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 ein. Einfügen. Genau, ist nämlich standardmäßig aktiviert. Also, aus, aus. Dann haben wir ja auch noch, ähm, gut. Würde ich jetzt auch nochmal ausmachen. Denn ich möchte mich eigentlich bei Google nicht anmelden. Von daher, weg damit. Der nächste Punkt wäre denn Darstellung. Also, bei Firefox musste ich ja so ein paar Sachen einstellen, damit ich damit so halbwegs zufrieden war. Bei Brave ist das, ähm, deutlich weniger. Also, vieles ist schon so eingestellt, so, damit, äh, dass ich sag, das ist schon okay so. Unter anderem diese ganz schmalen Scrollbalken an der Leiste bei Firefox, die sich auch noch ausblenden. Finde ich wirklich keine gute Idee und, äh, ja, sowohl optisch als auch von der Benutzbarkeit her. Also, das ist sehr fricklich. Das macht Brave zum Beispiel nicht. Aber man kann noch so ein klein bisschen dran rumbasteln. Und das finden wir unter dem Punkt Darstellung. So, und einfügen. Darstellung. Also, wir haben hier einmal Titelleiste und Ränder des Systems verwenden. Wenn man das ausmacht, ist es weg. Und wenn ich es anmache, dann habe ich hier oben von meinem Fenstermanager, äh, diese, diese Leiste oben, ne? Dann kann ich groß und klein machen. Kann das Ganze auch so einklappen und wieder zumachen. Lass es sonst weg. Ist mir lieber, als wenn das so ist. Ja, dass sich dieselbe, ähm, Zeile hier den Platz mit, äh, ja, den anderen Elementen teilt. Also, das ist nicht so mein Fall. Also, ich habe es gerne getrennt. Dann könnt ihr auch noch bei den Farben festlegen, ob ihr es gerne dunkel haben möchtet oder hell haben möchtet. Oder ob sich das an das restliche System anpassen soll. Dann könnt ihr hier noch hin und her springen zwischen GTK, ein bisschen grauer, cute, äh, sieht dann genauso aus in meinem Fall. Oder, äh, hier das Klass... Oder ob ich hier das klassische Design ver... ...verwenden möchte. Hm. Also, in der virtuellen Maschine kriegt man es sogar zum Absturz dabei. Aber schließen. Hm, 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 bisschen warten. Beenden erzwingen. Hm, 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 hm. Und, äh, ja, hm. Jetzt als Standard festlegen nach so einem Absturz. Ich weiß nicht, ob das marketingtechnisch so schlau ist. Dann können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter anpassen. Das gibt so etwas, was Werkzeugleiste heißt. Und da kriegen wir... Denn, äh, folgende Möglichkeiten, um das anzupassen. Da haben wir einmal hier, ähm, Lesezeichen-Schaltfläche anzeigen. Das ist das Dings hier. Dann, da, 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 da. Reduce, äh, ja, habe ich jetzt hier nicht drauf. Rewards-Button, äh, das ist dieses Gerät hier. Das kann man ausmachen. Das ist diese Kryptowährung. Brave Wallet-Schaltfläche. Ähm, das ist jetzt... Ach, das da. Ja, gut. Also, Icons, die, ähm, mit ein bisschen Training würde ich die erkennen. Aber erst mal so hat mir das wenig gesagt. Aber wie auch immer. Dann, äh, Wallet. Brauche ich auch nicht. Möchte ich nicht nutzen. Und, äh, die, äh, Schaltfläche-Seitenleiste. Das ist diese hier. Ja, gut. Würde ich drin lassen. Dann, ähm, weil ich es jetzt gerade sehe, mache ich das auch schon mit. Also, Dinge, die ich hier eingebe in diese kombinierte Such- und Adressleiste. Hier kann man es leider nicht trennen. Das, finde ich, ist eins der größten Mankos von dem Brave, dass man das nicht kann. Also, mir sind da schon häufiger mal... Also, beim Firefox erkläre ich es auch. Da kann man es nämlich teilen, dass man eine Adressleiste hat, die wirklich bloß Adressen annimmt. Und wenn man da was Falsches eingetragen hat, dann, äh, wird da auch nicht versucht, das an eine Suchmaschine weiterzugeben und irgendwas zu finden. Das geht hier leider so nicht. Äh, hier ist das kombiniert. Finde ich, ist ein Sicherheitsrisiko. Ja, aber ich habe nichts gesehen, dass man es irgendwie umstellen könnte. Oder dass man sagen könnte, hier kommen wirklich bloß Adressen rein. Ja, also man kann hier zum Beispiel sagen, ähm, Top-Websites. Ne, möchte ich nicht. Äh, Browser-Verlauf. Ähm, würde ich eher anlassen. Dann Lesezeichen, äh, die ich abgespeichert habe. Die möchte ich ganz gerne darüber finden. Und dann gibt es jetzt auch noch diesen Leo KI als Assistant. Den möchte ich nicht haben. Ja, also, habe ich mal ganz kurz mit rumgespielt. Ist so lala. Ja, aber ich möchte denen auch nicht meine Daten geben. Also, das ist so das, was ich da gerne haben möchte. Ach so, stimmt. Dann habe ich noch den Punkt hier. URLs immer vollständig anzeigen. Habe ich gar nicht gesehen jetzt hier. Waren wir es denn? Da unten. URLs immer vollständig anzeigen. Sonst wird das irgendwie abgekürzt. Wie soll man das sagen? Also, ich finde es gefährlich. Also, es trainiert die Menschen auf, äh, darauf, dass sie Informationen vorenthalten kriegen, die sie gar nicht wahrnehmen. Und von daher, denke ich mal, werden sie auch leichter anfällig für irgendwelche, äh, äh, ja, also Fake-Webseiten, die so ähnlich sind oder sonst irgendwas. Von daher lieber alle Informationen geben, als dass man schon im Programm vorher was wegfiltert. Also, das, ja, das ist keine neue Tendenz. Das ist eigentlich altbekannt, diese Mechanismen. Ja, gut. Dann nochmal wieder zurück. Was haben wir da noch? Bereite Adressleiste verwenden. Genau, stimmt. Das haben wir auch noch. Das hier, ähm, ja, es ist wieder so eine Designentscheidung. Finde ich wieder, äh, nicht so sinnvoll. Also, man kann den ganzen Platz nutzen. Oder man kann hier irgendwie Platz verschwenden. Ja, also so ein bisschen Ausnutzen von dem Format finde ich sinnvoll. Also, ich hätte gerne lieber die breite Adresszeile, die so breit ist, wie, äh, das, also so viel Platz nimmt, wie es auch geht. Hm. Aber müsst ihr wissen, ob ihr das so machen möchtet. Dann noch so ein bisschen dazu, dass man, äh, ein bisschen weniger Datenabfluss hat. Also, wir haben zwar schon gesehen, ähm, dass man dort, äh, angeben konnte, dass man Fehlerberichte und anonymisierte Benutzungsberichte nicht automatisch an Brave schicken möchte. Ähm, ja, und man kann das noch ein bisschen weitermachen. Also, unter Datenschutz und Sicherheit. Da gibt es noch ein paar Punkte. Kopieren und Einfügen. So, dahin. Da haben wir hier, ähm, das hier ist jetzt aus. Also, ich denke, weil wir es am Anfang gesagt haben, aber dieses hier Ping der täglichen Nutzung automatisch an Brave senden, das ist weiterhin aktiv. Hm, hm, hm. Also, Datenschutz, ähm, standardmäßig ist bei Brave auch nicht unbedingt gegeben. Allein durch diese Optionen, die, ähm, beim Start nicht abgefragt wurden, also wenn man es jetzt wirklich ernst nehmen würde, dann würde am Anfang auch so ein Dialog kommen, äh, äh, willst du das hier, willst du das hier und wie ist damit? Und das bitte auch sofort aus, dass man ein Opt-in hat, dass man sich aktiv dazu entscheiden muss. Machen sie leider nicht. Ja, gut, sind wahrscheinlich die, ähm, Chromwurzeln, die dann noch so ein bisschen durchschlagen. Aber man kann es immerhin ausmachen. Dann, äh, hab ich, als ich mir so ein paar Optionen nochmal angeguckt habe, auch was gefunden. Es gibt einen wunderbaren Blog von kuketzblog.de und dort gibt es noch mehr Informationen zu diesen, ähm, empfohlenen Einstellungen. Also, die weichen zum Teil von dem ab, was ich hier so mache. Also, er legt, ähm, sehr viel Fokus auf Sicherheit. Ja, also wirklich Sicherheit, soweit es nur geht. Ich, äh, lege meinen Fokus eher darauf, es soll auch noch benutzbar sein. Also, ein paar Sachen kann man anders machen. Aber dann hat man wahrscheinlich Probleme mit einigen Webseiten und das möchte ich so im täglichen Benutzen nicht haben. Also, von daher, äh, bei Sicherheit tendiere ich nicht zum Maximum, sondern eher, ähm, ähm, ja, es soll alles funktionieren. Aber guckt euch das gerne mal an. Ist auch, äh, verlinkt in den Folien. Guckt da gerne mal vorbei. Brave hat ja schon so einen Werbeblocker integriert, aber da lässt noch so ein bisschen was durch. Den kriegt man vielleicht noch so ein bisschen feingetumt, dass da weniger durchrutscht. Aber ich nehme ganz gerne was, was ich schon kenne, was ich, äh, auch unter Firefox benutze. Und das ist uBlock Origin. Gibt es dort als Chrom-Erweiterung, was man unter Chrom, Chromium, Brave und allen darauf basierten Browsern verwenden kann. Da gehen wir einmal auf dieses Drei-Strich-Menü, dieses Big Mac-Menü, Erweiterung, Web-Shop. So, hier drauf und wo steht es? Da, Erweiterung ist so ein Puzzleteil. Gut, so, und jetzt gibt es hier Web-Shop. Das leitet dann rum zu dem, äh, ja, also Web-Store für Chrom von Google direkt. Und da sagt Brave schon, äh, hier, da habe ich mal was weggeblockt, das ist auch gut so. Und, uBlock, oh, genau. uBlock Origin, da haben wir es. Und, ähm, mm, mm, zu Brave hinzufügen. Und möchte ich wirklich hinzufügen. Und, dann haben wir es hier. Und es geht auf und ist sofort wieder weg. Finde ich eher irgendwie blöd. Ich möchte das sofort sehen und nicht hier so ein extra Menü noch haben, um meine Erweiterung zu sehen. Oder wenn ich jetzt ganz viele installiert hätte, dann wäre es auch okay. Aber das hier, uBlock Origin, möchte ich sehen. Also pinne ich es an, flupp. So, dann wieder zu. Dann habe ich hier die Option von uBlock Origin, an, aus und, äh, ja, also ich kann Dinge entfernen und so weiter, Filterregeln anpassen. Und wenn ich rechtsklick drauf mache, dann kann ich Erweiterung verwalten. Könnte man an der anderen Stelle auch schon. Also hier gibt es auch nochmal wieder an Symbolleiste anpinnen und im Privatmodus zulassen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Also, warum sollte ich im Privatmodus das nicht machen? Warum soll dort alles voll mit Werbung sein? Also, ja, also finde ich jetzt nicht sinnvoll. Also von daher würde ich das immer hier, ähm, äh, anhaken, ist ja das Falsche. Aber aktivieren würde ich das Ganze immer. Hat das einen Nachteil? Eigentlich diese Filter laufen ja direkt auf meinem Browser. Hm. Also ich würde das immer anmachen. Hm. Genau, und im Abschnitt Schutz könnte man jetzt noch mehr anpassen. Aber da guckt gerne mal dort nach, was man da noch so alles machen kann. Jetzt zu diesen drei verschiedenen Modi, in denen der Brave arbeiten kann. Also es gibt die Variante Neues Fenster. Das ist dieser Standardmodus, den ihr immer habt, wenn ihr den Brave startet. Oder wenn ihr in dem Menü hier, einmal da hin, in dem Menü sagt Neues Fenster. Dann gibt es noch Neues Inkognito Fenster und Neues Privates Fenster mit Tor. Also das ist der Standardmodus, in dem üblicherweise Cookies und andere Daten gespeichert werden. Das ist so dieser Komfortmodus für Webseiten, denen ihr vertraut und wo die Einstellungen auch gespeichert werden sollen. So, dass ihr euch vielleicht nicht jedes Mal neu einloggen müsst und das in so einem Cookie hinterlegt wird, welches Farbthema ihr habt und euer Warenkorb ist denn da drin und diese Sachen. Also es ist so ein Komfortmodus, ist nicht besonders sicher. Und ja, genau, also dafür ist es da. Dann gibt es als zweites diesen Inkognito Modus mit Neues Inkognito Fenster, wobei ich dieses Wort Inkognito total dumm gewählt finde, denn es stimmt überhaupt nicht. Also ihr seid damit keinesfalls inkognito. Das Einzige, was dieser Inkognito Modus macht, ist, beim Beenden werden die Cookies und andere Daten gelöscht. Aber ihr seid halt nicht inkognito. Das ist vielleicht ganz gut für Webseiten, die nicht im Browserverlauf auftauchen sollen und bei denen ihr nicht dauerhaft angebildet sein möchtet und wo keine Cookies gespeichert werden, in dem der Warenkorb ist und sowas. Dafür ist das okay. Aber das, was wirklich Inkognito ist, ist der letzte Punkt hier. Neues privates Fenster mit Tor. Tor. Das ist so wie das hier. Also Cookies, andere Daten werden beim Beenden wieder gelöscht. Und der ganze Traffic, also das Internet wird quasi einmal durch Tor durchgeleitet und dadurch seid ihr relativ gut anonymisiert. Also ihr geht wahrscheinlich in der Masse unter. Und die Gegenseite der Webseite, mit dem ihr kommuniziert, der sieht eine IP-Adresse, die nicht eure ist. Ja, also und das ist ganz praktisch für unvertrauenswürdige Seiten, wozu ich auch viele News-Seiten zählen würde, weil die eine sehr, ja wie soll man das sagen, also die geben eure Daten gerne an alle möglichen anderen Firmen weiter, EU-weit, USA, irgendwo hin. Also irgendjemand, der bloß für eure Daten zahlt, da geben sie es hin. Und ja, also lest euch bei den, bei irgendwelchen News-Seiten, also es sind jetzt keine Schmuddel-Seiten oder so, aber das sind, ich würde sagen seriöse Seiten. Aber wenn ihr denn mal dieses Fensterchen am Anfang seht, da steht dann hier, kaufe jetzt ein Abo oder weiter mit Zustimmung und lest euch da mal durch, was ihr da alles, zu was ihr dort alles zustimmt, wo eure Daten hinfließen. Also das bringt euch vielleicht ein bisschen ins Grübeln und da ist dieser Tor-Modus eine total gute Sache für. Dann haben die nicht so viel Spaß mit euren Daten. Ja, das war's für diesmal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt oder jedenfalls gesehen, was man bei Brave noch so ein bisschen einstellen kann, so wie ich das mache. Also ein paar mehr Einstellungen habe ich noch, aber das ist so dieses Destillat, was ich jetzt an euch gerne weitergebe. Und probiert das gerne aus, macht es anders, lasst es bleiben, wie auch immer. Aber natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken, weitersagen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.